hallo hallo hier ist marvel 1972 von mfg gerade unterwegs im action x auf weinberge das ist ein lot hier gefecht also drei neuner im gegner team in centurion 7 1 conqueror und mir ist 8 und ich möchte jetzt erstmal die mittel pose anfangen ganz klassisch salat gesundheit und wollen wir mal sehen wo sich der gegner so rumtreibt mein team ist jetzt erstmal hinter mir das sieht noch so ganz gut aus ein bisschen links bisschen rechts bisschen aufgefächert und dann haben wir da ziele leider ein bisschen zu spät aber na gut da kommt ja noch einer das machen wir noch gerne böse erwischen also jetzt ist aber schon alles ist offen nirgends schlagen schüsse ein das ist halt immer schon ein bisschen schwierig weiß ich nicht der ging auf jeden fall rein dieser panzer hatte einfach nicht genug power in der kanone um zuverlässig zu tracken das braucht immer mindestens zwei schuss oder so gerade bei stufe 9 an dann braucht er noch nicht mehr zielen der is acht hat einfach aus der bewegung raus geschossen trifft hier auch also die jungs haben schon druck in der kanon und so ist nicht da war wer jemand schneller als ich ja wir sind einen panzer hinten ja sehr gut so ein kritischer treffer machen wir gerne 146 super low roll klar so er hat leider die seite getroffen also hier ist ja was los also erstmal darauf schießen so die 50 kann auch schnell schießen dann war es das jetzt das zum action x 3000 damage gemacht top damit top damage hier im team und unsere neuner waren jetzt haben sich nicht so gerade mit ruhm bekleckert kann man so mal vorsichtig sagen und hier nochmal ip 4100 ist zwar mit boostern oder so aber trotzdem schon eine schöne sache also ciao